Heute Morgen, kurz vor vier, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Bei der WHG an der Naundorfer Straße brennt es. Der Feuerschein ist kilometerweit zu sehen. Das Holzlager wird nahezu vollständig zerstört. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz. Noch am Morgen beginnt die Spurensicherung mit ihrer Arbeit. Untersucht wird dabei zum Beispiel ein Loch im Zaun. Offenbar mit Bolzenschneider oder anderem Werkzeug hat sich jemand Zutritt aufs Gelände verschafft. Polizisten versuchen, Faser- und DNA-Spuren zu sichern. Der Verdacht liegt auf der Hand, dass hier ein Feuerteufel sein Unwesen treibt. Gestern hatte es bei DNA gebrannt und in den vergangenen Monaten unter anderem in Lagerhallen, bei einem Fischhandel, beim SV Motor, in einem Rohbau und, und, und.